Traurig aber war definitiv der schwerste Test für mich jemals. Und ich bin auch immer noch nicht ganz so zufrieden mit dem Bild hier, aber das war das Beste, was ich nach zwei Tagen erreichen konnte. Ist allerdings jetzt auch nicht ganz so wichtig, denn das Wichtigste hier ist der LG 34UC88 UltraWide Monitor, den ich heute testen möchte. Was ich allerdings nicht machen möchte, ist es euch mit Zahlen und Daten erschlagen. Ich möchte euch meine Meinung schildern nach knapp zwei Wochen Benutzung und euch aber alle wichtigsten Informationen geben, die ich mir persönlich wünschen würde, wenn ich auf der Suche nach so einem Gerät wäre. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zur Ergonomie, sind hier am tiefsten Punkt und wie ihr schon sehen könnt, Höhenvorstellbar am 120mm, sehen wir direkt, dass das mehr als genug ist, genauso wie die Neigung auch nach hinten. Allerdings würde ich mir ein wenig mehr Neigung nach vorne wünschen, ist aber noch völlig akzeptabel. Kommen wir kurz zu den wichtigsten Zahlen. 34 Zoll bei einer Auflösung von 3440x1440, meiner Meinung nach der beste Kompromiss da, einfach deutlich schärfer als ein 1080p Panel, ohne die nervigen Skalierungsprobleme eines 4K-Panels. Die Helligkeit und der Kontrast sind jetzt hier mal nicht ganz so wichtig, allerdings der Farbraum von 99% S-AGB wird sehr, sehr nützlich sein für alle, die Video- und Fotobearbeitung hier planen. Natürlich, falls ihr mehr als nur gelegen die Spiele spielen wollt, wird für euch interessant sein, dass wir eine Reaktionzeit von 5 Millisekunden haben und eine Bildfreude-Hohlfrequenz von 75 Hz und der Support von IMD-FreeSync. Zwar leider nur von 75 bis 55, was ihr natürlich in den niedrigeren Bereichen ein wenig vermissen werdet, aber immer noch okay. Lautsprecher 2x7W, LED-Backlight, Flicker-Free auch gebogen, ein wenig mehr wie letztes Jahr und einen sehr, sehr schmalen Rand. Um zu den Anschlüssen zu kommen, habt ihr eigentlich alles Nötige. 2x HDMI, 1x Displayport 1.2, 2x USB 3.0 und 1x 3,5 Milliliter Klinke. Ich würde vielleicht ein paar USB-Ports mehr erwünschen, aber das ist noch völlig okay. Kommen wir daher zur Bedienung. Auf der Unterseite hier haben wir einen Joystick, der in alle vier Richtungen funktioniert und auch gedrückt werden kann. Und dann taucht er auch schon auf mit dem Gaming-Mode nach oben, nach rechts kommt ihr zu den Anschlüssen, nach unten schaltet ihr ihn aus und nach links erscheint auch schon das Menü, wo ihr Helligkeit, Kontrast und auch alles weitere einstellen könnt. Was ich allerdings jetzt gar nicht mal als so wichtig empfinde, da wir diese wirklich hervorragende Software von LG haben, genannt On-Screen-Control. Diese erlaubt euch, genau diese Einstellungen bequem am PC mit der Maus einzustellen. Also die verschiedenen Voreinstellungen, auch die Helligkeit und so, kann alles hier komfortabel gemacht werden. Ihr könnt auch eigene Voreinstellungen abspeichern, aber das eigentliche Highlight hier für mich ist die Split-Screen-Option. Und ich rede hier noch nicht einmal von der Option, dass ihr hier an diesem Monitor zwei Geräte gleichzeitig bedienen könnt, also zum Beispiel einen Laptop und einen PC, das funktioniert hier einmal frei. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, die Fenster verschieden anzuordnen in Windows selbst, denn normalerweise seid ihr limitiert bei einer Splittung in der Hälfte, was nur wirklich komfortabel funktioniert. Aber hier haben wir zum Beispiel auch drei Bilder, vier Bilder, Bild in Bild. Das persönlich, was ich benutze, war drei Bilder symmetrisch und das seht ihr hier auch schon. Das Geniale ist aber, ihr habt zwischen jedem Fenster diesen kleinen schmalen Spalt. Wenn ihr diesen greift und zur Seite zieht, seht ihr schon, das Bild passt sich immer automatisch an, was es jetzt zum Beispiel leider nicht bei meinen Dell-Monitoren tut. Und das ist wirklich so, so komfortabel und macht so viel aus, denn ihr könnt dadurch immer das Display komplett ausnutzen, was ihr an verfügbarer Fläche habt, wodurch ihr schon fast eine Art Triple-Monitor-Setup habt und dadurch sehr, sehr viel produktiver sein könnt. Falls ihr das gleiche mal auf einer Timeline sehen wollt bei Adobe Premiere, diese ist natürlich ultra weit und falls ihr davon Nutzen machen könnt, wird euch das definitiv zugutekommen. Wie ihr schon sehen könnt, bei meiner banalen Timeline jetzt nicht wirklich der Fall, da ich meistens auch nur ein- und auszoome. Falls wir mal einen kurzen Blick auf das Bild selbst werfen, werdet ihr schon sehen können, dass wir natürlich bei 16 zu 9 Content an der Seite recht große Ränder haben, aber das ist nicht verhinderbar, denn der Vorteil definitiv bei einem Ultra-Wide ist die Produktivität und eben auch die Spiele, die einfach sehr, sehr viel räumlicher wirken. Aber dazu komme ich da noch gleich. Ich möchte erst einmal noch einmal zur Qualität des Panels selbst kommen und hier euch nicht wirklich allzu lange nerven, denn Weißwert ist absolut top, wirklich sehr, sehr schön verteilt, sehr, sehr gleichmäßig. Natürlich ein klein wenig abfallend zu den Seiten, aber nichts, was sich im normalen Betrieb stören wird. Genauso wie das Schwarze, das sogar noch besser ist, denn normalerweise bei einem gekurvten Display habt ihr Probleme, dass ihr Lichthöfe in den Ecken habt. Hier allerdings wirklich nur sichtbar, auch nur ein klein wenig in den unteren zwei Ecken, oben absolut nicht. Was ihr allerdings bei einem schwarzen Panel sehen werdet, ist der IPS-Glow zu den Seiten hin, ist bei einem IPS-Panel aber auch nicht verhinderbar und auch nicht wirklich schlimm. Das Schwarz daher sehr, sehr aber gleichmäßig, kein Clouding oder so, könnte allerdings ein klein wenig dunkler sein. Kommen wir nun zur Qualität des Panels aber selbst und euch, um mich nicht allzu lange zu nerven, möchte ich nur meine Meinung schildern. Wir haben hier einen Display-Quality-Schulungsreport, der zeigt, dass das Gerät kalibriert wurde, was meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung aussieht, denn verglichen mit meinen kalibrierten Dells sieht das im Prinzip genauso aus. Und um das wirklich hier kurz zu halten, weiß wie schon gesagt, top auch der Schwarzwert, die Blinkwinkel sehr, sehr gut, Helligkeit ist mehr als gut genug und was wir bei einem matten Panel recht oft haben, ist, dass die Farben ein wenig verwaschen oder matt wirken, ist ja absolut nicht die Fall. Sehr, sehr schön, hell, brillant und leuchtend, aber eben immer noch natürlich und akkurat. Das Problem für Leute, die allerdings Video- und Fotobearbeitung machen, könnte der gebogene Bildschirm sein, der einfach keine geraden Linien bietet. Es gibt ja allerdings auch ein gerades Panel, das könnte das Problem schon beheben, hat allerdings jetzt nicht die 75 Hz Refresh Rate, die wir sonst haben bei diesem Panel. Und daher möchte ich auch gleich zu den Spielen kommen. 75 Hz Panel mit AMD FreeSync Support, den ich leider nicht testen konnte, da ich eine Nvidia-Karte habe, aber ich habe es versucht zu übertakten, kam auf 80 Hz. Und diese 80 Hz sind auch definitiv bemerkbar, falls jetzt vielleicht vielleicht ein 60 Hz Panel vergleichen, denn alles wirkt einfach sehr viel flüssiger und sehr viel leichter. Natürlich kann es jetzt nicht ganz mit einem 100 Hz oder 144 Hz Panel mithalten, einfach nicht ganz so scharf. Aber das Geniale bei diesem Display ist einfach, dass es sehr, sehr immersive ist, wie man es so gerne nennt und die Spiele dadurch einfach sehr, sehr umfassend wirken. Einfach deutlich besser als bei einem 16 zu 9 Panel. Aber was ich eigentlich als Ganzes hier, als Fazit sehen muss, ist, dass das ein wirklich hervorragendes Allround-Gerät ist. Denn habt ihr ein Gaming-Panel, kann es schon sein, dass ihr einfach nicht so akkurate Farben habt. Das hier ist eigentlich eine perfekte Balance, denn ihr habt ein sehr, sehr farbstabiles, farbakkurates Display, was für Foto- und Videoerhaltung absolut geeignet ist. Aber trotzdem könnt ihr Spiele noch besser spielen, als auf den meisten 60 Hz Panels und eben durch das Ultra-Wide das Erlebnis einfach deutlich gesteigert wird. Kommen wir nur kurz einmal zur Preisgestaltung hier. Denn dieses Modell kostet in Deutschland ungefähr 750 im Moment, falls ihr das größere Modell wollt, den UC 98. Die einzigen Unterschiede hierzu sind, dass es mit einem silbernen Fuß anstatt mit einem schwarzen kommt, 10 mm weniger in der Höhenverstellbarkeit zu haben scheint, aber dafür eben zwei Thunderbolt 2.2 Anschlüsse habt, falls das für euch wichtig ist. Allerdings kostet dieses dann etwa 930 und ist dadurch eben deutlich teurer. Persönlich findet ihr es nicht ganz nötig. Es gibt allerdings auch noch ein flaches Panel des U-M88 genannt. Allerdings hat dieses anscheinend nur 60 Hz. Werdet also nicht die Vorteile bei Spielen genießen können, falls ihr das allerdings für Foto- und Videobearbeitung braucht, mit den Geradlinien definitiv zu bevorzugen. Persönlich muss ich sagen, für meine Benutzung ist das Gebogen eigentlich der perfekte Kompromiss. Da einfach sehr, sehr genial für Spiele und ich brauche die Geradlinien jetzt nicht unbedingt. Von daher preislich gesehen, genau in der Mitte, absolut im Sweet Spot. Super Preis-Leistungsverhältnis, aber immer noch sehr, sehr gute Qualitäten, denn das 98 hat genau das gleiche Panel und die gleichen Qualitäten im ganzen Großen. Von daher muss ich sagen, deutlich besser als das von mir bereits getestete Dell 34 Curved Ultra Wide Modell, das ich hatte. Einfach vom Panel deutlich besser. Dort hatten wir deutlich mehr Lichthöfe, einfach nicht so ein klares Schwarz und auch die qualitativen Sachen des Panels, wie die Farben als Ware einfach nicht auf dem gleichen Level. Von daher muss ich sagen, bin ich höchst zufrieden. Ich kann jetzt definitiv nicht sagen, dass das hier das beste Gerät auf dem Markt ist, da ich einfach hier an Alternativen, die ich noch nicht getestet habe, leide. Aber was ich hier sehe und anhand der Erfahrungen, die ich habe an anderen Monitoren, völlig zufrieden. Jetzt nicht das Richtige für mich, da ich immer noch ein Triple Monitor Setup bevorzuge, aber falls ihr einfach nicht den Platz habt auf dem Tisch oder einfach nur einen Monitor benutzen wollt, ist das, denke ich, genau das Richtige für euch. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder irgendwas sonstiges habt, einfach unten in den Kommentaren lassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.